Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Kind and Come Deliverance und wir haben hier einen Bauer der unser schönes Pferd begrapscht oder beziehungsweise hineinläuft wie auch immer. Die ist natürlich wie Beta und wir haben in der letzten Episode auch rausgefunden nach einer kurzen Recherche, dass wir leider nicht galoppieren können oder traben. Irgendwie hat das zu tun mit eventuellen Speicherständen oder was auch immer. Keine Ahnung, wir müssen das Spiel neu starten, also jetzt wirklich neu neu starten ohne Spielstand natürlich so rum, ne. Aber ich will das nicht und es ist ja eh so gesehen, wir lassen uns nicht hetzen, wir machen nichts. Guck mal, hier jetzt ein bisschen, welch, wie? Guck mal, eigentlich gibt es ein Render vom Spiel, weil hier, wenn man pausieren wollte, rennt der ein bisschen und dann geht der Stopp. Wenn wir hier, hält der einfach an, ne? Und wenn wir nur einmal, das, theoretisch gesehen galoppieren wir. So, Pferdchen, du kannst hier hoch. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Yay, get out of the way. Äh, gut, wir können auch hier durch. Wir müssen ja irgendwie da oben, ich weiß nicht, ob das da ein richtiger Ort ist, aber ich nehme einfach das jetzt mal an, dass da ein richtiger Ort ist und wir irgendwie hoch können. Ja. Da oben ist vielleicht das Lager oder, oder es ist hier hinten, das könnte ich auch sein, aber ich will jetzt, da ist ein Grund noch, was das ist und was das hier ist und Trala und Trala und Trululu. Natürlich müssen mehrere Orte, aber ich glaube, das Fala-Holzlager ist natürlich immer noch ein Ende der Stadt. Ich glaube, es ist wirklich, weil wir haben da schon mal etwas im Grunde, aber vielleicht können es auch hier sein, was auch hier mal ist. Was ist unser, unser, unser Start, war das unser Startpunkt hier? Was ist damals unsere altere Hütte? Genau, das war damals unsere alte Hütte, das heißt, wir gehen einfach mal hier lang, weil hier ist der Holzfäller, ich glaube, hier ist der Holzfäller. Guck mal, die schöne Wälder hier und schöne Felder, oh, oh, wie schön eigentlich. Ich meine, aber wie schön hat man es hier eigentlich? Ich weiß, es ist das Mittelalter und man hat nicht gute Medikamente und man hat eigentlich gut Umsatz. Menschen, mit Menschen hat man es nicht gut, ja, natürlich mit den Freunden schon, aber wenn man einen Streit hat, dann wird jemand getötet oder mehrere getötet. Es ist einfach so, aber die Landschaft schon, es ist nichts verbaut, es ist alles noch heile und Wälder stehen auch so. Also, ja, heutzutage wird ja, wie viel, wie viel Hektar, Hektar an Holz wird ja pro Sekunde verballert, keine Ahnung wie viel, aber es ist zu viel, auf jeden Fall wirklich zu viel. Und ich würde mich gerne wünschen, wieder mit den heutigen Mitteln, mit den heutigen Standards in dieser Welt zu leben. Ich weiß, damals gab es nicht so viele Leute und es war eher, können wir hier, denke ich, den schon schlafen? Ne, ich will nicht schlafen bei einem Aufenthaltsblättern, das ist ein bisschen problematisch. Das geht so lange, ey. Wenn man da kurz pennt, das geht so lange. Wenn ich mal hier bin und mal den ganzen Krams hier mal eine Runde, äh, wieder mitnehme. Okay, das geht also noch, wieso auch immer. Guck mal, vielleicht, nein! Räumt die auf, ist die die Dame des Hauses? Nein, sie nicht. Die ist ja eine Runde, äh, hier, aber die, die Dame wird wahrscheinlich uns helfen. Willkommen in meinen wunderschönen Laden! Ich hoffe, ich werde natürlich verkaufen, sonst hier. In Warenkorb, in Waren, in Waren. So, Waren, Waren, Warenkorb, äh, da haben wir hier nichts mehr drin. Ich frage mich mal, wieso wir jetzt wieder so schwer sind. Wir haben wahrscheinlich nicht so viel. Haben wir so viele Rüstungen an? Wollen wir mal kurz. Wir fangen oben an, ne? Das hier, 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 das tragen wir alles, ne? Oh. Ist zehn schwer. Die Äpfel, wirklich die Äpfel so viel? Ja, das sind sie. Nein. Oh, 100 hat wie 100? Glaub ich, wenn wir jetzt nur 0,5? Ui. Wann mal kurz. 0,5 Vermögen. Und ich verkaufe hier für nur über 90. Ist aber wieder wunderschön. Oh, ich könnte euch sehen, wir über... Bei uns, ich wäre ja schon, der Preis hat nur 0,5 dabei. Ich habe zumindest eine gute Tat gemacht, ne? Ohne viel sind wir jetzt hier wieder die, äh, den Ruf. Bei was? Da haben wir nur 50, du Arschgeige. Da haben wir aber viele gegeben. Na, wir sind jetzt hier los. Aber die dürfen wir nicht mal viel zu viel kaufen. Naja, nicht die Dame, nicht der Herr. Wo ist denn der Chefo hier, der Beppo? Der ist aber, glaub ich, genau der gleiche Typ, ne? Ja, ich bin nur so Deppe hier. Ähm, gut. Wo ist denn der Chef hier, vom Laden? Wir können nicht mehr... Das Pferd ist noch hier, aber ja. Ansonsten habe ich eigentlich alles weg, ne? Werte, äh, Stärke. Die Stärke beteiligt die physische Leistung. Das bestimmt, wie viel du tragen kannst. Wie viel du Schaden, Kampfverlangen, Ursachen bekommst. Und wie du tragen, äh, oder kommst immer dann zu tragen, wenn du rot, rohe, physische Stärke gefragt ist. Naja, logischerweise beim Tragen von den Sachen halt, ne? Hui, 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 hui. Ich weiß nicht, wenn wir da geskillt werden, keine Ahnung. Ähm, 2,16. Okay. Wir müssen hier eigentlich so gesehen, sind wir überhaupt nur ausgeruht, das ist die nächste Frage. Ausgeruht, 52%, okay. Wie starten wir bei 80? Wenn wir ein richtiges Bett, theoretisch gesehen, brauchen. Was? Wir haben 2 dabei. Wir sind klug. Was? Hallo? Wir können auf dem Pferd keine Fackel tragen. Okay. Nein. Ist mir wunderschön. Auf dem Pferd könnte man keine Fackel tragen. Das ist exzellent gemacht. Sorry, aber das ist nicht gerecht so. Auf dem Pferd sollte man eigentlich auch Fackeln tragen können. Ähm, naja, ein bisschen doof ist man eigentlich nicht. Hallo? Das sind schon höhere die, sind jetzt los. Der will da nicht rüber, okay. Der will da nicht rüber sippen. Ist mir auch egal. So. Und wenn wir jetzt jemanden hier entdecken, der mit uns Streit anfangen will. Wir haben, wir sind ausgeruht. Nein, nicht. Aber, ähm, das sind gute Dinge. Jetzt haben wir gesagt, nördlich von Talmberg. Und das ist nördlich hier. Vielleicht auch nördlich hier. Oder hier. Nein, tut mir leid, aber das ist nicht nördlich. Sorry, da bin ich wieder total fast den Weg gelatscht. Aber weißt du, was wir machen können hier? Mal gespeichert, muss ja auch mal werden. Nichts, dass wir hier... Zwei Stunden aufnehmen und dann wieder... Oh, shit. Hätten wir mal gespeichert. Weil zwei Stunden, oh, weißt du, wie doof das wäre. Wir hätten auch Aufnahme mit zwei Stunden, aber im Spiel alles wieder auf null. Wie sehen wir das ja vor der heutigen Session? Von der langen Session. Und ich glaube, ich war wirklich eine lange Session. Eine lange Session. So rum. Und das Fackel ist aber auch schon ein bisschen nirgebrannt. Vielleicht ist es auch gut, dass wir zwei mitten genommen haben. Oder einfach eine gekauft haben. So rum. Lalalalalala. Lalalalalala. Wieder hin. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ja, wir müssen hier hin. Hallo, wer... Jetzt macht er wieder die Fackel aus. Keine Ahnung, wieso. Tut mir leid, aber es ist mir ein Rätsel. Wieso hat er immer die Fackel ausmacht? Wir haben ja... Wir brauchen ja Licht hier. Der Mensch braucht ja... Wieso sind die alle... Wieso sind die alle... Auf, auf, ne? Wieso... Was macht die hier? Was macht die hier? Darf ich nicht wissen, was ihr macht? Nein, darf man nicht. Wie könnt ihr überhaupt überleben ohne Licht? Ne? Die Damen und Herren. Keine Ahnung, wie wir das machen hier. Ohne Licht, die Durst... Boah, das wird mir... Das wäre ein bisschen ungeheuer, ne? Wenn es wirklich dunkel ist. Dark, Dark Owl hier. Oh, guck mal eine Sternstuppe. Wie dürfen wir uns das erwünschen? Wir sind halb zu Tode ausgeruht. Oh, hallo. Willst du dich doch nicht stören? Wir müssen langsam pennen gehen. Seht ihr das Symbol lauten? Wir haben noch knapp 50% der Ruhe. Oh, der Ruhe im Depot. Wenn das dann stimmt hier mit dem Holzverlager. Ich weiß nicht, ob das Holzverlager hier ist. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich schon... Wenn das wirklich das Holzverlager ist. Es ist zwar kein Holzverlager, aber... Es ist nördlich von Thalenbergen und das stimmt offen. Das stimmt ja, ne? Sieht eher noch aus wie ein Steinbruch. Aber der Steinbruch ist doch viel weiter oben, ne? Ausgegenüht. Na, jetzt sind die alle schon weg halt, ne? Ist ja so wie ein Steinmetz, ne? Ist ja... Ist ja ein Steinmetz hier. Ist ja ein Steinbruch. Kein... Kein was mit Holz. Nicht doof, nein. Oh. Okay, wo... Ey, 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 warte. Hier ist niemand? Na, hier ist jemand. Gar nicht gesehen. Warte, wie jetzt? Ist es auch nicht? Hä? Aber hey, warte Geselle! Wieso... Irgendwie über... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall... Soll ich es mal versuchen? Nein, komm. Noch nicht. Wir... Wir... Es ist also nicht der Steinbruch, den wir hier haben. Und hier ist es ja auch nicht. Und hier ist ja der Steinbruch. Und hier ist ja... Irgendwas. Hier nochmal. Und ist das hier? Wir gehen nochmal da hin. Tschüssi! Wir gehen da hinüber. Ist mir jetzt scheißegal, was ihr sagt. Wenn wir liegen da sind, dann werden wir die niedermetzeln. Und die sollen ja auch niedermetzelt werden. Die schlafen wenigstens jetzt, ne? Die pennen jetzt. Da können wir jetzt hingehen. Oh, kurz. Können wir das machen? Nein! Ja, typisch. Was war da? Draw call. FPS einsprungen. Keine Ahnung, diese Kunden. Ich habe viel zu viel Info für mich. Für mich, äh... Keine Ahnung, was. Nullwissender. Ob wir noch treiben, was das schwer ist mit uns? Äh, hallo? Was ist denn los hier? Wir sind ja nach oben. Jetzt, da war mal Halle hier. Wie soll man jetzt da nach oben kommen? Ah. Wir sind ja in der wunderschönen Kante. Oh. Ne, wo wir hier überall hinrennen, da will ich gar nicht wissen. Das ist eine ganz reine Steinwand, oder was ist denn hier los? Ui. Ich komme auch nicht hoch. Wo soll man denn hochkommen? Hier werden wir wieder runtergesiegelt. Boah, ist das ganze Wand hier, oder wie? Weißt du was? Wir kehren um und gehen vorne drüber. Weil, hier guck mal, hier kommen wir hoch. Guck mal, leider weiß ich, ist ein bisschen doof. Ist es ein bisschen doof? Es ist dunkel. Und meine Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Und ich hoffe mal, wir finden wieder weiter.